Dann Lolle Was? Do it! Ich weiß nicht, ob das so richtig war. Ja, werden wir gleich mal sehen. Das passiert nichts. Lobot da unten, das Wasser kommt raus. Oh Gott! Scheiße! Können wir den absichten müssen? Soll ich das? Ich check's nicht. Da ist aber Schaum drin. Soll ich noch mehr? Soll ich hinterher gießen oder nicht? Ja, mach mal ruhig. Na gut. Stopp! Das ist ja wohl ein Abstand. Es brodelt. Die Enttäuschung. Guck mal, da unten brodelt es auch. Wie Enttäuschung, ja, da brodelt es. Soll ich noch mehr gießen oder nicht? Soll ich noch mehr gießen oder nicht? Ja, natürlich hinterher. Das wird passieren. Komm schon! Komm schon, Wokalo! Was sagt uns das für das nächste Jahr, Freunde? Das war ja wohl mal voll der Fail. Das ist nie. Das ist nie. Das ist nie. Das ist nie. Das ist nicht.